Hallo liebe Leute, willkommen bei ML22 auf die XXL Farm. So, wir haben die Zeugs gemietet. Man könnte auch die Maschinen kaufen, aber nein. So, wir müssen hier jetzt die ganzen Grupp-Aktionen fertig ziehen. So, hier wieder runter. Oh nein, nein, nein. Leiderweise haben wir den gemietet ohne GPS-Mod. Aber warte mal, wir könnten mal gucken, was gibt es da oben oben auf der Brautmaschine. Nein, das habe ich schon. Nein. Könnten wir zwar kaufen. Einfach kaufen. So. Wir müssen beide Fälle noch Gruppern. Oder wie gesagt, der hat Flugfunktion mit dabei. So. So. Weil der 1050er könnten wir eigentlich kaufen. Eigentlich. Aber was geht von uns weg? So. Nein, könnten wir den 820er verkaufen. Eigentlich. Aber ich wollte auch noch ein Ding kaufen. So, da könnt ihr euch gerade zeigen. Eigentlich wollte ich das Ding kaufen. Den Hof hier. Aber man könnte so erstmal kaufen den 1050er. Mit Vollausstattung und GPS und alles. Weil ich glaube, den Flug können wir auch immer noch ab und zu mal mieten, bis wir das Geld zusammen haben. Weil Felder können wir auch noch nicht kaufen wirklich. So. Juhuuiuiuiui. so zusammenklappen dann müssen wir hier schnell raus so hier drauf langsam fallen noch nichts so wenn wir den weg nehmen 0 weil ob das ah shit weil unsere Silmaschine können wir einfach auch verkaufen unsere Silmaschine viele Fass haben wir schon verkauft die Silmaschine kann weg dann mischt wir jetzt mal gucken was wir haben oder was wir was wir haben weil Felder müssen langsam auch mit anderen Sachen bedingt werden weil immer immer ist es auch nie gut und ich muss ein bisschen schnell vorankommen mit der Arbeit so Gas geben Gas geben wir fahren wir fahren mit dem bis zum Ende vom ganzen dieser Feld dann geben wir das Ding zurück man könnte auch erwarten wir man könnte die neue Schleppe schon kaufen dann können wir die Silmaschine zurück geben und direkt und direkt den 28 zurück geben oh nee oh nee so wir geben Gas 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 3 diese Woche war für mich auch eine schwere Woche für mich ich habe einmal familiäre Bründe schlimme Zeit gehabt wir hab immer noch und dann war bei uns beim Geschäft auch noch was da gewesen, wo für mich auch was belastbar war aber naja Man kann nicht immer alles abnehmen. Dann fahren wir noch quer, dann wieder runter, dann wieder quer und dann haben wir eigentlich unser Ziel mehr oder weniger erreicht. Ah, Scheibe. Da aber nicht. Gut. Ne, rüberziehen. So. Der Baum steht im falschen Ort. Ui. Ende. Also der Baum müssen wir abfällen. Warte mal. Segel? Ja doch. Ja, Motosegel. Mit der Durchsage ein. So, der Baum fällen lassen. Dann. So, der Baum fällen. So, der Baum fällen. So, der Baum fällen. Warte mal. Wir müssen hoch. Ich bauen die Zahnwieder. So, auch wieder. Na ja, lässt sich nicht drehen. Sonst kippen wir das Ding so ab. Na ja, gar egal. Ja, schau. Weißt du was, gucken wir das Ding mal schnell ab. Mieten wir schnell die Schimpfräser. Und die. Bin ich nicht dringend? Bin ich nicht dringend? Hm. Ne. Was? Wie können wir schnell mieten? Mieten. Schnell mieten. Und dann würde ich sagen, wir mieten den. 24, 27. Ja. 25, 24, 25. 25, 25, 25, 25, 26. Wahnsinn! Mieten. Fangen wir schnell rüber zum Handler. schnell weil wir haben jetzt nicht wirklich viel geld ausgegeben es kommt gleich wieder geld rein ich fahre ich könnte doch die ganze Zeit machen aber ich fahre jetzt gerade mit der Tajeitur das Problem mit allen Tafeln wo du jetzt im singaplayer um wirfst wird nicht mehr aufgebaut neustart das finde ich schade gut 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 oh das war knapp tieren sind noch schön am wechseln ja ein bisschen nochmal so 30 oder ach also ja 20 warte mal nein ach scheiße jetzt habe ich die taschenrechnung gerade da so 27 ca nochmal so ein jahres altes tier kaufen das war keine ganz schlechte idee das durfte eigentlich nicht passieren eigentlich ja und die andere Sache ist was mir hier sehr sehr groß fehlt sind die 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 verkehr teilweise gibt viel teilweise wieder weniger oder gar nichts das sind Sachen wo hier ein bisschen fehlt muss ich ganz ehrlich sein da hier fehlt ein bisschen so so Ah ja, der Gülerfass habe ich schon mitgenommen mit dem 724er, so, das kommt da rein, so, jetzt kommt noch die Nose zu. Wenn noch ein Nose ist, hier ... man könnte jetzt auch die die andere felder kaufen so gesagt die hier sind momentan aus bisschen zu teuer wo dann muss ich nächste woche montag dienstag darum muss ich ein bisschen formel 1 trainieren für unseren mittwoch livestream bei mac manus da will ich gut abschnitten weil wenn du zu trennen gehst ohne dass du trainiert bist dann teilweise machst du ganz ganz schlecht das stelle ich euch mal vor hier pappel pappel abschnitzel also pappel ist trotzdem abschnitzel wenn wir dann wäre ich beim echseln so sehr 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 ja ein wollte ich den mehrwerker noch tauschen ja so viel geld bleibt uns auch nicht übrig weil der achtung kommt weg gewillte 500 zu legen weil dem bleibt dafür von also der 1050 bei uns und da müssen wir gucken wenn wir den nächsten mal das geld wieder ausgeben können für neue maschinen bei minimo bei minimo bei minimo mit dem picken muss das land kommen minimum und glaub da kommt da da rein und sonst müsste gucken wo der ding ist ne bisschen geld aber bekommen aber wenn ich nicht will weil die mietmaschine da stehen wo ist denn kommt baum dann können wir jetzt mal gucken ich weiß nicht ob baum dabei ist ne kommt sie nicht dabei aber guck mal butter können wir machen kuchen wir können paletten machen wir können viele sachen machen sogar vollmilch sahne joghurt quark können viele 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 sachen aber wahrscheinlich ist wahrscheinlich weg dem mod wenn ich dabei habe das sind in der bühne ich weiß nicht das ist das ist das ist ja Nein, da geht nichts, da geht nichts. Vielleicht von der anderen Seite. 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 Jetzt können wir den wieder zurückgeben. Dann können wir den einschalten. Jetzt muss ich gucken, wie ich das... Ja, eben. Das will ich eben hinschmeißen. Warte mal. Ich bin der andere Seite. Ich bin der andere Seite. Ich bin der andere Seite. Und wenn ich den abschalte... Ich bin der andere Seite. Aber warte mal. Wie hat er da überhaupt? Produktionmäßig ist. Kühlverkauf. Handhandel. Strain rein. Jetzt steht. Ein... Mix. Nur aus. So. Unten. Wir müssen das Ding kaufen. Weil wir haben ja keinen Holz. Da wo Akschnitzel kommen könnte sein, dass auch da Ding reinkommt. Akschnitzel kommt bei Birkhoft oder bei... Weil Bäume haben wir ja leider weiß nicht drinnen. Nein, leider nicht drinnen. Versuchen wir da abzugeben. Bei uns wird lustig. Wir müssen genau in der Mitte da vorbei heizen. Boing! Verkauf... Ah, nein. 1006... Ja, sie sind gerade Mietkosten mit reingegangen. So, jetzt können wir kurz den... Nochmal Gruppen gehen zu, mein Lieben. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!